Nächster Halt, Eisfeld, Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt, Bachfeld, der nächste Halt ist Bedarfshalt Zum Aussteigen bitte jetzt die Halte-Wunsch-Taste drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt, Schalkau, der nächste Halt ist Bedarfshalt Zum Aussteigen bitte jetzt die Halte-Wunsch-Taste drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt, Schalkau Mitte, der nächste Halt ist Bedarfshalt Zum Aussteigen bitte jetzt die Halte-Wunsch-Taste drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt, Rauenstein, Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt, Seltendorf, der nächste Halt ist Bedarfshalt Zum Aussteigen bitte jetzt die Halte-Wunsch-Taste drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt, E-Felder, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt, Mengersgeräutheim an Ost, der nächste Halt ist Bedarfshalt Zum Aussteigen bitte jetzt die Halte-Wunsch-Taste drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt, Sonneberg West, der nächste Halt ist Bedarfshalt Zum Aussteigen bitte jetzt die Halte-Wunsch-Taste drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt, Sonneberg For your further connections, please pay attention to the announcements and information on the platform Ihr Anschluss, RE, nach Nürnberg, 17 Uhr 6, Gleis 4, Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt, Sonneberg Ost, der nächste Halt ist Bedarfshalt Zum Aussteigen bitte jetzt die Halte-Wunsch-Taste drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt, Sonneberg Nord, der nächste Halt ist Bedarfshalt Zum Aussteigen bitte jetzt die Halte-Wunsch-Taste drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt, Hüttengrund, der nächste Halt ist Bedarfshalt Zum Aussteigen bitte jetzt die Halte-Wunsch-Taste drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt, Blechhammer, Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt, Steinach Süd, der nächste Halt ist Bedarfshalt Zum Aussteigen bitte jetzt die Halte-Wunsch-Taste drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt, Steinach, Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt, Lauscher, Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt, Oberlauscher, der nächste Halt ist Bedarfshalt Zum Aussteigen bitte jetzt die Halte-Wunsch-Taste drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt, Ernst Thal am Rennsteig, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt, Neuhaus-Igels-Hieb, der nächste Halt ist Bedarfshalt Zum Aussteigen bitte jetzt die Halte-Wunsch-Taste drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten unseren Zielbahnhof Wir verabschieden uns von Ihnen, auf Wiedersehen Nächster Halt, Neuhaus am Rennweg, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt